hey yo was geht youtube und herzlich willkommen zu einem erneuten video auf meinem kanal ok erneuten video kann man ja ist ein video aber trotzdem nur ein sehr sehr kleines video und zwar ich wollte euch nur schnell kurz sagen falls die glocke nicht aktiv ist oder sonst noch was 19.30 ist der stream online fürs event heute ich habe auch gerade eben etwas gelesen also mich ein bisschen schlauer gemacht was es genau für ein event sein wird manche leute wissen es selber einfach weil sie selber schon ein bisschen drauf geil kann man sagen sind was da kommt aber manche wissen es eben noch nicht deswegen ich habe auf der mainmo seite dort gefunden etwas was da also wie es ablaufen wird sage ich euch jetzt einfach mal natürlich wo ihr es auch findet ist einfach unten in der video beschreibung verlinkt und könnt ihr auch selber noch mal gerne durchlesen genau in fortnight battle royale wird es bald ein abgedrehtes event geben dem musiker dj marshmallow gibt ein live konzert im spiel wie das laufen und was ihr zu beobachten habt erfahrt ihr hier wer ist dieser dj marshmallow als mass mellow eigentlich so gesehen dieser dieser musiker ist nicht nur ein populärer dj sondern auch ein großer fortnight fan so spielt der dj mit dem eimer auf den kopf schon zusammen mit minja im team im turnier pro aim auf der i3 2018 und gewann also er gewann sogar mit das turnier von denen also echt geil also es wird ein live konzert werden ich bin schon richtig drauf gehypt kollegen und so weiter habe ich auch schon mal zu vier mann party werden wir schon mal sein da voll gechillt sein und danach wie gesagt 19.30 merkt euch das 19.30 für der die mann gestartet so und jetzt tue ich jetzt mal meine katze reinlassen weil die gerade schon angeklopft hat hat rein bis zum nächsten mal und bis zum live stream servus und bis zum nächsten mal